1568 Kämpfer in den Niederlanden mit den Geusen Hand in Hand Sie befreien mit Oranien endlich dann ihr Vaterland Frei sind nun die Niederlande und der Frieden kehrt zurück Erster Stadthalter wird Wilhelm, so erfüllt sich sein Geschick Um dem Vaterland zu dienen, gab er sich hin voll und ganz Und verkörperte er sichtlich religiöse Toleranz Untertitelung des ZDF für funk, 2017